Hallo, Tilly! Na, fremdgegangen? Aber Tilly! Ich sehe es doch an Ihren Händen. Ein ganz normales Geschirrspülmittel. Dann war bestimmt kein natürliches Protein drin, oder? Sicher nicht. Sehen Sie, nur Palmolive hat natürliches Protein. Sie baden gerade Ihre Hände drin. Stimmt, es pflegt ja die Hände. Schon beim Spülen, das haben Tests mit Hautärzten bewiesen. Tilly, sehen Sie meine Hände? Ja, schön und zart. Fremdgehen lohnt eben nicht. Aber die natürlichen Proteine von Palmolive, die lohnen sich. Ja, schön und zart.